Ja, warte, die Wörterung, Kurschle und Kassel sind in diesem Jahr. Ja, da hat er wirklich viel einen Fähnchen zu tun. Ja, du, heute ist da der Weg hier. Man trage einen Bekunftslug, man möchte zu sagen. Du hörst einen Bekunftslag. Du hörst einen Bekunftslag. Du hörst einem Bekunftslag. Okay, here we go. 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 Okay, here we go.